Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2011. Ich hoffe, Sie sind gut durch die Silvesternacht gekommen und ich hoffe, Sie sind gut in das Jahr 2011 gekommen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein gutes, friedliches, glückliches und erfolgreiches Jahr 2011. Für uns alle, wenn wir alle ein Stück weit daran arbeiten, für Frieden, für Gerechtigkeit, für Erfolg, für Freundlichkeit, für Menschlichkeit, dann kann dieses Jahr 2011 auch gut werden. Es wird sicherlich hier und da Höhen und Tiefen geben, doch gemeinsam einer Trage des anderen Last wird die Belastung nicht ganz so schwer werden im Jahr 2011. Das hoffen sich viele Menschen, das wünschen sich viele Menschen. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Wohlergehen, Frieden, Liebe, Erfolg für das Jahr 2011. Mein Name ist Andreas Glam-Saber-Ott, Herausgeber, Verleger und Gründer von British News Flash Magazin, von Rundfunk und Programmarbeitsgemeinschaft für Film, Funk und Fernsehen und von dem Sender, den Sie jetzt eingeschaltet haben, von Independent Broadcasting Service Liberty und Radio TV IBS Liberty, bekannt ja auch als Radio TV IBS Liberty. Independent Broadcasting Service Liberty sendet seit 1986 mit Programmen in deutscher, englischer und ab und an, leider auch viel zu selten, auch mal in französischer Sprache. Ich wünsche Ihnen nur das Beste für das Jahr 2011. Das ist mir ganz wichtig und das sage ich auch immer ganz gerne schon seit vielen Jahren, zu Beginn eines Jahres und das wünsche ich auch den Zuschauern, mit denen ich auch ganz gerne persönlich auf der Straße ab und an spreche über Sendungen und mir natürlich auch Anregungen und Tipps geben lasse im persönlichen Gespräch. Das pflege ich bereits seit 1984. Erst vor nicht allzu langer Zeit durfte ich ein sehr, sehr schönes und interessantes Gespräch mit einer Zuschauerin persönlich vor Ort auf der Straße führen, mit nützlichen und schönen Anregungen und auch einem Dankeschön. Und dafür bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar. Ich danke, dass Sie jetzt die Zeit gefunden haben, bei Radio TV IBS Liberty zuzusehen, einzuschalten und diese guten Segenswünsche auch entgegenzunehmen. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, Erfolg, Frieden, Glück, Liebe, Schutz und Bewahrung im Jahr 2011. Aus der Redaktion von Radio TV IBS Liberty hat sich gemeldet. Andreas Lamm-Saberort für Radio TV IBS Liberty. Mehr Informationen im Internet bei www.ibstelevision.org. Weitere und ausführliche Informationen bei www.ibstelevision.org zu Radio TV IBS Liberty. Shalom und nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Lamm-Saberort.